moin und herzlich willkommen hier zu einer weiteren folge lsp dfa heute schicken charger wieder ja ich wollte ihn halt einfach noch mal fahren auch wieder diese schöne blau mal gucken vielleicht fahr ich nächste folgen pro victoria sowie die kollegen immer da bin ich nicht so auffalle wenn sich gefällt like und abo nicht vergessen und ja mal schauen was kommt da war es doch schon wieder so ein raser auto leider wieder schon fährt ein kollege hilft aber was bist du für eine so dass jemand verfolge anstatt dass du sagst helft hier war gut ausgeträgt muss ich sagen okay spitz kann ich das nämlich auch mal alleine kleine wo ich keine kollegen so darf ich los dann wird jetzt gepinntet und schieße ich mal auf die reifen warum habe ich den scheiß micro smg oh ja das raus aus dem fahrzeug raus aus dem fahrzeug auch nein nicht gegen mitglieder auch 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 Oh 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 oh! Stop traffic! Oh 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 oh.... da kommt dann lasst den kollegen auch noch ein bisschen was nicht schießen und auf dem boden perfekt schon rücken sie ab weil sie keinen bock haben der ist kann ich von euch fahren wir können alle fahren ach so ich habe stop traffic gemacht deswegen dann kümmere ich mich noch schnell den wagen dass er abgeschleppt wird sehr schwierig wer hinkel und das auto hat doch schon ganz interessiert okay da kann ich verstehen dass er weggefahren ist da hole ich mir eindeutig gleich mal von der arbeit ein neues fahrzeug so und da sind wir wieder ab 9 streifenwagen gekriegt zum glück und ich habe mich noch mal stehen hier lassen und ich war dem wagen hier schon ein bisschen hinterher den schwarzen dachte ich mir den halt gleich mal an man weiß ja nie was in so einem schwarzen werden vor sich geht okay ja anhalten müssen wir noch mal üben auf jeden fall so dadurch dass ich öfter hatte nein auf er wollte schon wieder schießen nein nicht noch mehr oder nein ich muss jetzt vorsichtig sein ich muss gut schießen wenn sie kommen aber nicht so als wärst du der krasseste gangster hat es jetzt selber angeschossen oder was passiert da und wurde dann geschossen von den anderen gangs oh mein gott oh mein gott oh mein gott wird man auf der arbeit nicht unbedingt immer fragen warum ich immer kaputte autos habe weil ich alle pillen dann aber nein habe ich doch schon exe na toll dann noch halt noch mal habe ich verdrückt und jetzt fehlt auf einmal was das will doch ich versuche sie jetzt hoch zu holen geil im auto das finde ich irgendwie der medic für da nicht nicht warte ich habe dir auf das nicht ich bin es ist nicht es ist nicht wir können es wird wir können es ist nicht es ist nicht wir können wir können ich fahre mal Corona ich suche das Fahrzeug einmal der Silencer, perfekt Toe Truck, Larch Toe Truck Servus, nehmt ihr das mit und für die beiden hier, glaube ich Hattest du überhaupt gejuckt, dass hier jemand liegt? Ja, dann gucke ich aber nochmal hier, ob da was in den Fahrzeugen ist so jetzt der Vehicle Tatsächlich nicht, dann hole ich mir nochmal einen kleinen Toe Truck Unter deinem legt wieder, der kann was erleben Jetzt Hände hoch, runter auf dem Boden Digga, ich bin Kopf, red man nicht so mit Warum trägst du ein Helm beim Fahrrad fahren? äh beim Autofahren So, dann durchsuche ich das Fahrzeug einmal So, dann durchsuche ich das Fahrzeug einmal Wow Attention all units Assault with a deadly weapon In Strawberry Target vehicle license plate 2 1 0 Hen 0 Target in 10 4 This is bullshit Wait, what? Appreciate it Suck my dick Okay Okay, so kann man das natürlich auch scripten Ah ne, warte, kommen sie mal mit Ja gut, da kommen die Kollegen eigentlich schon, aber trotzdem ruhig mal drüber Polizei Auto Schon echt viel los hier Was machst du hier? Kann sich ja davon nur... Digga, Kollegen, was fahrt ihr denn für eine Sache zusammen? Wait, jetzt wo ich im Auto sitze, kann er auf einmal fahren? Ja, natürlich geht's ihm gut Dem hab ich kein Haar gekrümmt Und du bist so simpel, wie du bist Was steht da noch, Kollege? Sie können jetzt auch mal weiter fahren Hier im RKW Wo ist er fast ab gewesen mit der Tür? Ja gut, perfekt Auftrag auch nicht erledigt Perfekt Dann halte ich ihn hier auch nochmal an Dann halte ich ihn hier auch nochmal an Weil er gerade eben schon Was für ich cancel den Weil der fährt jemand rund um leuchten Obwohl er nichts zu tun hat Jetzt kann ich ja mal fragen, warum Weil er das tut Oder 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 So. Alles gut. Mir wurde ja durchgegeben. Hey! Und da ist eine gesuchte Person. Den Auftrag nehme ich gleich mal an und schau mal schnell, was der auf dem Careport hat. Der Chris McCim. Ich habe mich bei der Polizei gesucht, das ist eine sie. Ich hätte jetzt beim Vornamen Chris gedacht, dass es eine R ist, aber... Okay. Ey! Sieht doch nicht immer bei mir rein, ey! Dann wohnt er da vorne links, oder wie? Wer läuft da? Da steht sie. Weg können sie sowieso nicht, aber runter auf dem Boden. Dann sind sie erstmal vorläufig festgenommen. Aber sie waren immerhin freundlich. Nicht so wie der Rest, ne mal. Ah, da kommt ja schon einer. Das passt sehr gut. Ach, lass ich. Ich wollte noch an den Menschen, der da gerade rüber gegangen ist, am Handy war. Das Auto halte ich an. Das halte ich auf jeden Fall an. Gut, irgendwie habe ich jetzt gehofft, dass er flieht, oder so. Servus. Wieder einmal alle Dokumente. Dankeschön. Und hat der irgendetwas auf dem Kerbholz? Ne. Mal gucken, ist das Fahrzeug angemeldet? Ja, der hat doch was auf dem Kerbholz. Was machst du? Kommen sie mal raus. Hände hoch. Runter auf dem Boden. Fodurch festgenommen. Äh. Digga. Raus aus dem Fahrzeug. Runter auf dem Boden jetzt. Take my cards. Take my cards. Was soll ich nehmen? Dein Auto? Das brauche ich nicht. Ich bin reich genug. Ich habe meinen Charger. Der ist dreimal geiler als deiner. Meine Güte, ey. Oh. Dann suche ich mal ja, oder? Da ist doch nichts Schlimmes drinne, ey. Moment, sieben gesucht. Dann. Dann werde ich mal die Versicherer anrufen. Dann werde ich mal die Versicherer anrufen. Dann kann ich mir mal hinknien. Dann kommen sie mal mit. Wenn das noch geht. Move. Kommen sie mal her. Dann bringen sie mal ein bisschen an den Rand. Der Kollege ist auch wieder unterbelichtet. Hier, hello. Werd hello gesagt. We've got a hold-up in Terminal. 4 km. Dann fahr ich da mal dann. So. Da sind wir auch schon. Fast da. Ist mir egal, ob die kaputt geht dadurch. Dann schaue ich mal. Weil. Wird ja gesucht, die Person. Oder. Es ist ja. Wahrscheinlich klar, dass sie hier etwas Illegales machen. Damit. Ich hole mal. Ich hole mal eine weitere Streife. V2. Local Units. Backup required in Terminal. Units respawn code 2. Ja. Ich glaube. Ja doch. Ich glaube, dann gehe ich da mal hoch. Ich glaube aber, ich gehe mal lieber ein bisschen bewaffneter hoch. Da sind die Kollegen schon. In ihrem Ford Explorer. Was soll hier so sein? Scheiße. Oh. Ich habe die nicht gesehen. Ich glaube, der ist erst gespawnt. Und dann. Oh ey. Meine Güte. Ist das mies. Oh Gott. Ja. Gut. Das war es dann, würde ich sagen, mit der Schicht. Und ja. Bis dann. Ciao.